Ich, Wolfgang Rademacher, helfe Ihnen auf der www.erfolgsonline.de zu der Einstellung des Niemals aufgeben. Bleiben Sie stark! Da hatte ich einem meiner Kunden eingeschärft, die Strategie aus meinem Buch Mittel gegen Titel auch ja anzuwenden. Und was macht er? Er glaubt doch blauäugig, dass das Finanzamt, mit dem er im Clinch liegt, sich schon um eine gütliche Einigung bemühen werde. Was passiert? Das Finanzamt sagt Danke und schneidet ihm eiskalt die Kehle durch, indem sie per Zwangsvollstreckung all seine Konten blockiert. Im Umgang mit staatlichen und privaten Gläubigern hilft Ihnen keine rosa-rote Brille. Vielmehr müssen Sie auf der Hut sein, wie in einer Schlangengrube. Nur, wenn Sie rechtzeitig aktiv werden und Ihr Hab und Gut wirkungsvoll schützen, entgehen Sie dem heimtückischen, tödlichen bis fändungswütiger Beamter und anderen Geldschnappern. Wollen Sie Ihre wirtschaftliche Existenz bombenfest absichern? Dann lassen Sie sich helfen von meinem Ratgeber Mittel gegen Titel. Lassen Sie sich zeigen, wie Sie jeden gerichtlichen Titel gegen sich kinderleicht zur wertlosen Makulatur machen können. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsonline.de. Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher.